So, ihr seht es jetzt, hier haben wir ganz klar den Beweis 83,67 Euro mit einem einfachen mathematischen Trick verdienen. In diesem Video zeige ich dir genau, wie das Ganze funktioniert. In diesem Video werde ich einmal live beweisen, wie das Ganze funktioniert und wie du es ganz einfach nachmachen kannst. Du brauchst für diese Methode keine besonderen Fähigkeiten, auch keine mathematischen Fähigkeiten etc. Und das Beste ist, man hat 0% Risiko. Deswegen schau dir das Ganze jetzt ganz konzentriert an und befolge die Schritte ganz genau, denn sonst wird es nicht funktionieren. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Falls dich diese Themen interessieren und du auch Online-Geld verdienen möchtest, kannst du gerne den Kanal hier komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Hier kommen immer neue Videos online zum Thema Online-Geld verdienen, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einer sehr, sehr spannenden Methode, bei der man tatsächlich durch Sportwetten Geld verdienen kann. Das aber nicht mit einem hohen Risiko, sondern mit einer sicheren Methode. So, und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Plattform Quotenbulle. Habe ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommt ihr direkt zu dieser Seite hier und hier geht es um sogenannte abgestimmte Wetten. Hier hat man 0% Risiko, weil viele ja immer denken, Sportwetten ist mit viel Risiko verbunden. In diesem Fall hat man gar kein Risiko und hat zu 100% einen Gewinn. Jetzt denken einige wahrscheinlich zurecht, weil ich habe es am Anfang auch gedacht, das kann auch gar nicht funktionieren. Und ja, deswegen werde ich das in diesem Video einmal beweisen und zeigen, wie das Ganze klappt und wie man hier mit Geld verdienen kann. Und ja, zuallererst gebe ich mal ein kurzes Beispiel, wie das Ganze hier bei der Plattform abläuft. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei einem Sportereignis, beispielsweise ein Fußballspiel, gibt es zum Beispiel zwei Ausgänge. Das heißt, Mannschaft 1 gewinnt oder Mannschaft 2 gewinnt. Und ich werde das Ganze anhand eines Beispiels in diesem Video auch nochmal zeigen. Das heißt, in diesem Video werde ich konkret das Beispiel zeigen. Hertha BSC Berlin, also der eine Fußballverein spielt gegen Borussia Dortmund, ein anderer Fußballverein. Und in diesem Video werden wir mal das Thema durchgehen, beziehungsweise das Beispiel durchgehen. Das Spiel geht unentschieden aus oder es geht nicht unentschieden aus. Und jetzt läuft das Ganze folgendermaßen ab. Wir haben jetzt hier auf dieser Plattform verschiedene Tools, die wir verwenden können. Und zwar haben wir hier, wenn wir hier mal auf die Tools gehen, verschiedene Tools, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar den Quotensucher und zum Beispiel auch den Bullenrechner. Das heißt, der Quotensucher gibt zum Beispiel an, bei welchen Spielen man die besten Quoten hat, um eben eine Wette zu platzieren, um eben den maximalen Gewinn rauszuholen. Beim Bullenrechner wird einem dann genau angezeigt, wie viel man wo investieren muss, um einen sicheren Gewinn zu erzielen. Das heißt, wir setzen zum Beispiel bei einem Anbieter, zum Beispiel bei Tipico, auf unentschieden. Und beim anderen Anbieter, zum Beispiel in diesem Fall bei einer Wettbörse, setzen wir dann auf nicht unentschieden. Und dann haben wir nur zwei Ergebnisse und eins von beiden muss ja richtig sein. Und weil wir auf beide getippt haben, muss ja ein, zwangsweise ein Ergebnis richtig sein. Und dann machen wir sicher einen Gewinn. Wie genau, das werde ich jetzt einmal Schritt für Schritt zeigen. So, und zwar in Schritt 1 melde ich mich erstmal hier komplett kostenlos bei Quotenbulle an. Könnt ihr natürlich auch machen, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal dieses Infovideo anschauen. Da wird das Ganze nochmal ganz genau erklärt, aber auch nur in gerade einmal anderthalb Minuten. Und ja, dann könnt ihr hier auf kostenlos starten klicken. Und ja, dann könnt ihr hier schon das Bronze-Level auswählen. Das ist komplett kostenlos. Hier müsst ihr kein, nichts bezahlen, gar nichts. Könnt ihr wieder komplett kostenlos testen. Und dann könnt ihr das hier auswählen. Dann kommt ihr hier zur Registrierungsseite. Könnt ihr euch hier komplett kostenlos anmelden. Mit Namen, Nachname, Passwort etc. Und könnt dann hier euer Konto eröffnen. Und dann bekommt ihr eben, wenn ihr das Konto eröffnet habt, Zugriff zu den ganzen Tools hier. Das heißt, ihr bekommt dann Zugriff zum Bullenrechner, zum Quotensucher. Und könnt euch dann perfekt ausrechnen lassen, wo ihr wie viel setzen müsst, um eben einen sicheren Gewinn zu erzielen. Und um das Ganze jetzt auch zu beweisen, werde ich das jetzt einmal anhand eines Beispiels zeigen. So, jetzt sind wir hier bei Quoten Bullen angemeldet. Und jetzt sehen wir hier schon die Bonus-Durchläufe. Beispielsweise hier bei Tipico sehen wir oben schon bekommen wir 100 Euro Bonus. Das heißt, bis maximal 100 Euro. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Euro einzahlen, bekommen wir hier 100 Euro geschenkt. Jetzt gehen wir nach unten und müssen hier jetzt Schritt 1 und Schritt 2 befolgen. Das heißt, wir müssen ein Konto bei Tipico eröffnen und dann hier danach etwas einzahlen. Da klicken wir jetzt einmal rauf. Und ja, dann kommen wir hier direkt gleich schon zu Tipico. Und hier sehen wir das Ganze auch schon. Ich ziehe es mal kurz ein bisschen runter. Genau, hier haben wir eine Einzahlung, die eben verdoppelt wird. Das heißt, sobald man zum Beispiel 100 Euro einzahlt, bekommt man direkt 200 Euro Guthaben. Und das wird gleich noch ganz, ganz interessant, wie ihr sehen werdet. So, das heißt, in Schritt 1 eröffnen wir uns jetzt hier bei Tipico komplett kostenlos im Konto und zahlen dann 100 Euro ein. Wichtig ist, dass wir das natürlich mit unserem echten Namen machen und dass wir eben das Ganze hundertprozentig richtig und seriös machen, weil es geht hier logischerweise um Geld. Das heißt, hier sollte man keine Fehler machen bei der Kontoeröffnung und bei der Einzahlung. So, jetzt haben wir hier unser Geld eingezahlt bei Tipico. Und wir sehen hier, wir haben jetzt hier, wie gesagt, 100 Euro Gewinn beziehungsweise 100 Euro Bonus. Und jetzt geht es weiter hier mit Schritt 3. Wir haben jetzt eingezahlt und hier sehen wir die ganze Sache nochmal im Überblick. Und jetzt geht es gleich weiter mit Schritt 3. So, und jetzt ist es eben spannend. Jetzt kommen wir eben hier zum dritten Schritt und zwar zum Schritt der Wette platzieren. Das heißt, wir suchen uns hier jetzt eine Wette aus. Dazu geben wir jetzt hier auf den Quotensucher rauf und können dann genau sehen, wo wir wie viel setzen müssen, um einen bestimmten Gewinn zu erzielen. Das heißt, wir wählen jetzt hier einmal den Quotensucher aus. Das Ganze lädt jetzt hier kurz. So, hier sehen wir jetzt auch schon alle Spiele, die für uns in Frage kommen. Das heißt, hier zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Und ja, hier sehen wir das Ganze. Hier haben wir eben eine Quote von 5,0 dafür, dass eben unentschieden stattfindet. Das heißt, hier bekommen wir eben fünfmal so viel, wie wir eingezahlt haben, wenn die tatsächlich unentschieden spielen. Dazu klicken wir jetzt hier einmal auf den Bullenrechner drauf. So, und hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal in der Übersicht. Das heißt, wenn wir hier bei Tipico 200 Euro darauf setzen, dass unentschieden stattfindet, dann müssten wir als Gegenwette bei einer Betbörse, hier in diesem Fall zum Beispiel Orbit Exchange, 194,36 Euro darauf setzen, dass wir eben hier kein Unentschieden haben. Also es ist eine von beiden Mannschaften gewinnt. Und dann haben wir eben einen sicheren Gewinn. Und wie der Gewinn aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Und zwar ist es hier jetzt ganz, ganz entscheidend, dass wir eben einen 100 Euro Bonus bekommen haben. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt nicht mit 200 Euro gewettet, sondern nur mit 100 Euro. Wir haben ja 100 Euro Bonus bekommen. Das heißt, sollte jetzt die Pro-Wette gewinnen, das heißt, sollte das Spiel jetzt unentschieden ausgehen, würden wir nicht 800 Euro Gewinn machen, sondern 900 Euro gewinnen, weil wir eben nur 100 Euro eingesetzt haben. Das heißt, wir hätten jetzt hier ein Gesamtergebnis von ungefähr, ja, beziehungsweise genau 83,69 Euro. Und wenn jetzt eben die Gegenwette gewinnt, dann hätten wir hier eben, sehen wir eben auch unten ganz deutlich, haben wir eben einen Gewinn, beziehungsweise haben wir eben, ja, einen Gewinn bei der Wettbörse von 183,67 Euro und einen angeblichen Verlust von 200 Euro. Diese 200 Euro sind aber nicht 200 Euro, sondern 100 Euro. Das heißt, hier hätten wir auch einen Gewinn von 83,67 Euro. Das heißt, egal wie dieses Spiel jetzt hier ausgeht, wir haben einen sicheren Gewinn von mindestens 83 Euro. Und das Ganze werde ich jetzt auch beweisen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf Tipico rauf und müssen jetzt die Wette endgültig platzieren. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Tipico rauf und werden dann direkt zu Tipico weitergeleitet. So, das heißt, hier sehen wir jetzt die Wette, 5er Quote auf Unentschieden und das werden wir jetzt hier einmal einstellen. Zack, geben wir jetzt unseren Einsatz von 200 Euro ein und geben jetzt die Wette ab. Klicken wir jetzt hier einmal drauf und ja, dann können wir hier auch schon direkt mit der Wette starten. Und jetzt geht es weiter mit der Gegenwette. So, dazu sind wir jetzt hier wieder beim Bullenrechner. Und jetzt wählen wir natürlich noch die Gegenwette aus und zwar liegt der Einsatz dabei 194,36 Euro. Dazu verwenden wir die Plattform Orbit Exchange. Das ist eine sogenannte Wettebörse. Und hier können wir jetzt eben darauf tippen, dass eben kein Unentschieden stattfindet. Und ja, das können wir hier ganz einfach machen. Hier oben sehen wir auch oben rechts, dass ich jetzt 1.000 Euro Guthaben habe. Und hier tippen wir jetzt eben darauf, dass eben kein Unentschieden stattfindet. Das heißt, wir wetten gegen Unentschieden, dass eine Mannschaft von beiden gewinnt. Und hier sehen wir jetzt die Quote 5,2. Und ja, hier wählen wir jetzt unseren Betrag aus. Das heißt, hier wählen wir jetzt den Betrag, den wir eben gesehen haben, aus. 194,36 Euro können wir jetzt einfach da einfügen. Und jetzt können wir hier die Wette einfach bestätigen. Und jetzt haben wir eigentlich schon unsere ganze Arbeit gemacht. Also ihr seht, das Ganze ist quasi einfach nur die Arbeit, dass wir die Quote raussuchen, die Wetten platzieren. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir einfach nur noch auf unseren Gewinn warten. Und das werde ich jetzt einmal zeigen. So, jetzt haben wir hier alles gemacht. Und jetzt können wir das Ganze einfach speichern. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse von dieser Runde an. So, und jetzt sehen wir auch schon das Ergebnis hier. Und zwar, wir haben hier eben 100 Euro eingezahlt, haben 100 Euro Bonus bekommen. Und jetzt geben wir das Ganze jetzt hier einfach mal ein. Und zwar, wir haben hier, hat die Gegenwette gewonnen. Und jetzt speichern wir das Ganze. Und ja, jetzt sehen wir das Ganze auch schon. Und zwar, wenn das lädt hier, zack, einen Moment noch. Hier, ja, genau. Jetzt sehen wir das Ganze oben. Wir haben einen Gewinn von 83,67 Euro erzielt. Und das Ganze einfach mit dieser einfachen Methode. Kann ich auch beweisen. Und zwar, hier haben wir eben hier bei Tipico ganz klar die Wette verloren. Weil wir haben ja darauf getippt, dass bei Tipico das unentschieden ausgeht. Das heißt, wir haben hier eben unsere 100 Euro verloren. Ist aber natürlich gar kein Problem, weil wir natürlich eine Gegenwette platziert haben. Und zwar auf der Plattform Orbit Exchange. Das werde ich jetzt einmal zeigen. So, und zwar sehen wir hier oben jetzt rechts ganz deutlich. Hier habe ich jetzt 1.183,67 Euro. Das heißt, hier habe ich eben 183,67 Euro Gewinn gemacht. Minus die 100 Euro Einsatz, die ich eben bei Tipico hatte. Die müssen wir natürlich abziehen. Also habe ich jetzt hiermit insgesamt einen Gewinn von 83,67 Euro erzielt. Was wir hier auch ganz deutlich sehen. Und was wirklich hier sehr, sehr gut geklappt hat. So, ihr seht es jetzt. Hier haben wir ganz klar den Beweis 83,67 Euro. Und ihr habt ja selbst gesehen, wie lange das gedauert hat. Ich habe mir ja die Quote, die Spiele, das Spiel erstmal rausgesucht. Dann habe ich mir die Quoten rausgesucht. Dann habe ich beide Wetten platziert. Und alles in unter 10 Minuten. Das habt ihr live miterlebt. Und habe jetzt hiermit einen Gewinn von 83,67 Euro erzielt. Und wenn jetzt einige sagen, ja, das Ganze funktioniert auch eh nicht. Testet es gerne selbst aus. Es ist komplett kostenlos. Die ersten zwei Durchgänge sind komplett kostenlos. Und im Schnitt verdient man pro Durchgang, habt ihr ja gesehen, ungefähr 80 bis 100 Euro. Und ja, dann könnt ihr das Ganze selbst gerne einmal testen. Und euch dann auch die sicheren Gewinne hier auszahlen lassen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, falls ihr das Ganze selbst jetzt einmal ausprobieren wollt, klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr direkt zu dieser Seite hier. Und selbst wenn ihr skeptisch seid, testet das Ganze einfach mal aus. Ich habe auch schon teilweise ein Interview gemacht mit einem Zuschauer, der mit dieser Methode schon alleine im allerersten Monat über 2.500 Euro verdient hat. Das werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Und dann klickt ihr hier einfach auf komplett kostenlos starten. Und dann seht ihr hier schon folgendes. Hier gibt es eben das komplett kostenlose Bronze Level. Wie gesagt, hier könnt ihr zwei Bonusdurchläufe, wie ich sie gerade gezeigt habe, machen. Und ja, dann habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, falls ihr dann zum Beispiel überzeugt seid von den kostenlosen Bonusdurchläufen und zum Beispiel schon ungefähr 200 Euro Gewinn erzielt habt, dass ihr das Ganze dann langfristig machen könnt. Und eben dafür, dass ihr den Quotensucher und den Bullenrechner immer nutzen dürft, müsst ihr eben dann eine kleine Gebühr zahlen. Das heißt zum Beispiel die 18 Euro oder 16 Euro oder auch nur 12 Euro beim Diamant Level. Und da haben wir eben mehr als 50 Bonusdurchläufen mit drin. Das heißt, wenn man hier pro Bonusdurchlauf ungefähr 80 bis 100 Euro verdient, seht ihr schon, was da vom Potenzial drin steckt. Und das Beste kommt jetzt noch. Ihr bekommt sogar noch einen Code an dieser Stelle. Und zwar mit dem Code LEON10 spart ihr sogar noch mal 10 Euro. Das heißt, ihr habt hier beim Silber Level nur noch 8 Euro und beim Diamant Level sogar nur noch 2 Euro. So. Und ja, das ist eine Sache, die lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen testet das Ganze gerne aus. Ihr könnt keinen Verlust machen, wenn ihr es genauso macht, wie ich es im Video gezeigt habe. Deswegen testet es gerne aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir haben noch einen kleinen Bonus. Und zwar, falls ihr noch weitere Fragen habt, zum Beispiel zum Quotensucher, zum Bullenrechner etc. Da gibt es auch zahlreiche Video-Tutorials hier. Und wir haben auch eine Telegram-Community-Gruppe, in der wir alle Fragen beantworten. Auch den Link zu dieser Gruppe in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, testet es gerne aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.